Kapitel 36 Der Schatz im Gipfelkreuz Hoch oben in den österreichischen Alpen, wo die Gipfel das Wolkenmeer durchstoßen und die Luft so klar ist, dass jeder Atemzug wie ein frischer Schluck Energie wirkt, war die Legende eines Geokesches namens Der Schatz im Gipfelkreuz unter Bergsteigern und Schatzsuchern weit verbreitet. Es hieß, dieser Kesche sei auf dem Gipfel eines der schwierigsten zu besteigenden Berge verborgen im Kreuz selbst, das als stille Wache über das Panorama wacht. Manuela, eine erfahrene Bergsteigerin und Abenteuer-Geokascherin, hatte sich der Herausforderung angenommen, diesen schwer zugänglichen Kesche zu heben. Ihre Ausrüstung war speziell für diese Mission zusammengestellt, Kletterausrüstung, GPS, und ein altes, vergelbtes Foto, auf dessen Rückseite rätselhafte Hinweise gekritzelt waren, die ihr von einem alten Alpinisten überlassen worden waren. Die Route zum Gipfel war unerbittlich. Schmale Pfade, die an steilen Hängen entlang führten, schroffe Felspassagen, die Kletterkunst verlangten, und die ständige Wachsamkeit, die das Wetter in diesen Höhlen erforderte. Manuela bewältigte jeden Abschnitt mit Respekt und der gebotenen Vorsicht, getrieben von der Vorfreude auf das, was sie oben erwarten würde. Nach mehreren Stunden des Aufstiegs, als die letzten Meter des Weges hinter ihr lagen, erreichte sie endlich das Gipfelkreuz. Es thronte majestätisch auf dem höchsten Punkt und bot einen Rundumblick, der das Herz jeder Bergliebhaberin hörschlagen ließ. Doch Manuela hatte wenig Zeit, sich der Aussicht hinzugeben sie war hier, um das Geheimnis des Kreuzes zu lüften. Sie untersuchte das Kreuz genau und entdeckte, dass eine der Metallplatten, die normalerweise als Gedenktafeln dienen, nicht fest verschraubt, sondern leicht beweglich war. Vorsichtig, um nichts zu beschädigen, schob sie die Platte beiseite und fand darunter eine kleine, wetterfeste Box, den Geocache. In der Box befanden sich, neben dem obligatorischen Logbuch, verschiedene kleine Gegenstände, ein Kompass, eine handgezeichnete Karte der Alpen mit Markierungen anderer Gipfelkreuze und ein verschlossener Brief, der nur mit »für den nächsten Finder« beschriftet war. Manuela trug sich ins Logbuch ein, betrachtete die Gegenstände und entschied, den Brief zu nehmen und im Austausch einen Talisman hineinzulegen, den sie immer bei sich trug, ein kleines, mit edelweiß verziertes Medaillon. Als sie die Box sorgfältig zurücklegte und die Metallplatte wieder verschloss, spürte sie, wie das Abenteuer ihr eine tiefe Zufriedenheit verlieh. Sie hatte nicht nur einen physischen Gipfel erklommen, sondern auch den Höhepunkt ihrer Geocaching-Karriere erreicht. Mit einem letzten Blick über die Weite, die sich unter ihr ausbreitete, machte sie sich auf den Weg zurück ins Tal, erfüllt von der Stille der Berge und dem Stolz, das Geheimnis des Gipfelkreuzes gelüftet zu haben.